Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Icarus. So, ich habe schon mal angefangen, woanders jetzt, Nägel herzustellen, so ein paar, damit wir jetzt dann gleich direkt mit den Steinwänden anfangen können. Für das wunderschöne Upgrade. Also wir brauchen auf jeden Fall noch Holz, Leder und Steine. Okay. Schauen wir doch mal, hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Leder. Dann haben wir hier Stein, brauchen wir noch. Können wir hier alles reintun, brauchen wir das später nicht mehr. So, jetzt brauchen wir noch Steine, da haben wir ja schon mal vorgearbeitet. 200 Stück für den Anfang. So, brauchen wir auf jeden Fall jede Menge Wände. Dächer. Hier. Achso, wir haben keinen Stein mehr. Ah, Sekunde. Ich habe ja noch ein bisschen. Dann soll es nicht schabern. Oh, ich glaube, ich muss da mal Steine klopfen gehen. Oh, ich habe so das Gefühl. Steckstück herstellen. So, sehr schön. Da fahren wir doch mal mit dem Spaß an. So, jetzt versuche ich mal, das abzugreiten. So. I 8. So, wenn ich jetzt hierher gehe. Rechts, links geht nicht. Rechts auch nicht. Ich dachte eigentlich, ich kann dich upgraden. 9 geht auch nicht. Alt geht nicht. Sehr komisch. Was trinken gehen. Ach, jetzt. Können wir kurz in die Steuerung schauen. Da was dazu steht. Ich glaube eher nicht, ne. Sekundäre Interaktion mit X. Ah, nee, sieht nicht so aus. F geht auch nicht. Hm, sehr komisch. Nein. Huch. Hä, wie soll denn das gehen? Ich verstehe es nicht. Sehr komisch. Auf jeden Fall. Muss man das halt so machen, ne. Die altmodische Art. Boah, die Schriegewand. Machen wir es halt so. Ist mir auch wurscht. So. Vielleicht geht es ja erst ab Stein gewollt. Das könnte ja auch sein. Das wäre auch gut möglich. Gut, ich mache irgendwas falsch. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir hier erst mal die Tür rausnehmen. Jetzt geht die mir nämlich flöten. So, dann machen wir hier wieder den Eingang. Und die Tür wieder. Ich mache jetzt nur die einfache rein. Können natürlich auch eine bessere machen. Später nochmal. So, okay. Dann das Dach. Tickel drauf. So. So, die Seitenwände noch. Ähm. Machen wir nochmal vier Stück. Äh. So. Der steht doch nix von Upgrade, ne? Ne. Leider nicht. Wie ist es? Das ist gelb. Nur ein bisschen Wind. Keine Ahnung. Alles gut. So. Steingebäude. Wunderbar. Ich überlege, ob ich den Boden austausse. Aber das geht ja so gar nicht, ne? Das fällt mir alles ein, wenn ich das mache. Ist ja doof. Ist jetzt auch nicht, wie ich den upgraden könnte. Müsste ich... Kann ich das hier reinziehen? Ne. Äh. Äh. Genau. Genau das wollte ich. Aufwertung von Gebäuden. Eventuell brauche ich einen besseren Hammer. Das kann natürlich auch sein, ne? Gibt's noch einen besseren? Snow Repair Hammers bessere. Wo ist denn der andere gewesen? Upgrade. Oder hier? Ja. Kanonenofen. Wieder so zum Heizen. Ah ja. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Oh, was ist denn das? Thermoskanne. Mit Wärmeschutz. Cool. Rohstofftanks wäre auch eine Idee. Feuerlöcher ist auch nett. Man, draußen geht ein Wind. Uiuiui. Doppeln brauchen wir nicht wirklich. Eine Laterne. E. 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 Das können wir erst mal so lassen, würde ich sagen. Das passt dann schon. Äh. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen... ...eine versteckte Tür vielleicht noch bauen. Äh. Macht man die hier, oder? Nee. Hier. Sechs Eisenbahnen noch. Und ein bisschen Holz. Holz, 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 Eisenbahn. Haben wir noch ein bisschen? Ja. Äh. Machen wir mal eine gescheite Tür, ne? So. Können wir die upgraden? Wahrscheinlich nicht, ne? Würden wir sagen, eher nein. So. Ach. Das sieht auch schon stabiler aus hier. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir mal belegen. Eigentlich könnte man das Haus noch erweitern. In jede Richtung, ne? Müssen wir das Dach dann umsetzen. Wie ich das upgrade habe, habe ich auch keine Ahnung. Buch? Das wollte ich jetzt nicht machen. Äh. Äh. Wo sind meine... ...Dingels? Hin? Hä? Habe ich jetzt hier einen guten Teil hingetan? Ist es kaputt gegangen? Oder was ist los? Ist es doof? Hallo? Ich glaube, du bist jetzt kaputt gegangen. Ach. Okay. Habe mir nichts gesagt. Hoppala. Kann ich jetzt auch noch rotieren, was nicht unbedingt sinnvoll ist. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal einen stabilen Boden. Es geht flüchten. Ist klar. So. Aber ich würde es ja gerne um eins erweitern, ehrlich gesagt. Mal drei Holzbalken. Ich würde es noch ein bisschen in die Richtung erweitern. Hallo? Ah, da war es. Ah, ich brauche es sogar. Ja. Einer noch. Na? Nee, nicht da. Ja, genau. Wunderbar. 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 Äh. Äh. Nein. Ah. Verdammt. Ich jetzt. Ist es jetzt im Untergrund verschwunden? Oh. Darf mir wahr sein. Na, so ein Mist. So ein Mist. 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 Ja, ist er wieder ganz reizend. So ein Schitte. Oh, hallo. Hm. Nice. Was für ein Schuss. Mist. Oh, da war das Ding schon wieder kaputt. Nö, nö. Weiß ich immer noch nicht, ob man mehr rausbekommt mit den anderen Werkzeugen oder so. Keine Ahnung. Wie das genau. Ist. Äh. Steine bau ich noch, ne? Oh, ich glaube, das verliert nicht mehr so schnell Wasser wie früher. Was gut ist. So, wenn wir mal das Ding hier abbauen. Mehr Steinchen. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass es nicht irgendwie zusammenfällt manchmal, wenn man da unten alles wegfährt. Oder diese Schwebesteine da. Aber naja, also jetzt geht es richtig schön schnell hier, wie man sieht. 1A. Äh. Äh. Hab ich jetzt den komplett abgebaut? Ich weiß es nicht. So, dann erweitern wir mal unser Haus schön. Mh. Brauchen wir noch ein paar Wände. 1. 3. 4. 5. 6. 7 Wände noch. Büden braucht man dann eigentlich auch noch. Ah, Holz. Ich und mein Holz. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen farmen, ja. Ich habe jetzt das Gefühl. Ne. Ich kann ja drei weniger machen. Ich kann ja die anderen auch abreißen dann. Dann passt das ja. So. Ich muss nochmal schauen, ob ich den Boden noch ersetze vielleicht. Ich weiß nicht, wie die Berechnungen da so sind. Mit dem Feuer. Na, da würde ich doch lieber bei den Gebäuden zumindest auf Nummer sicher gehen. Ich meine, das ist schon das Wicht. Wo steckst du denn? Hä? Wo hat's denn das jetzt hingesetzt? Wo ist denn das? Wo wird? Mal kurz schauen. Ich sehe es nicht. Ist das hier irgendwo drunter gelandet? Ah, nee. Ist das auch die falsche? Ist das auch Steuerung? Nee. Hä? Komisch. Okay. Man weiß es nicht. Eigentlich müsste ich ja die Dinger eigentlich gleich aus. Dinge jetzt bauen, oder? Ich riskiere es mal mit dem Holz. Mal gucken. Ansonsten fällt mir das ganze Haus zusammen. Mal sehen. Was soll ich denn schief gehen? Außer alles. Na? Ach, hier ist die Wand. Haha. Ganz toll. So. So. Das muss weg. Mal so. So. Dann einmal so. Können wir hier dann alles schön umbauen. Was ist das? Wie liegt denn da Fleisch? So. Das? Hab ich das verloren, oder was? Nicht so. So. Auch den Fisch mitnehmen. Ah, mein Liebetar ist schon wieder voll, deswegen wahrscheinlich. Sehr belastend. Ja, ja, Shelter, ich weiß. Achso. Shit. Hm. Da brauche ich jetzt natürlich nicht daran gedacht, was hier jetzt hier gar nicht funktioniert, wenn kein Dach drauf ist. Es zieht jetzt ein bisschen oben rein. Ist natürlich nicht so toll. Sieht das jetzt? Ja, Gott sei Dank. So, brauchen wir nochmal drei Stück. So. Oh, hab ich ja gut berechnet mit den Dingens hier. So. So. Dann haben wir hier so ein schönes Spitzdach. Oh. Shit. Dach fällt ein. Nein. Okay. Das ist zu schwach. Na toll. Ja, das ist ja doof. Okay, da brauchen wir so ein paar Stützen hier. Na toll. Ist ja wieder super. Da müssen wir doch ein paar Stützen bauen. Wie viel ist die Frage, ne? Na. Keine Steine mehr. Super. Wow. Ein Stein. Ganz toll. Na, supi. Will das schon reichen, theoretisch? Äh. Äh. Wollen wir das mal drehen? Da oben drauf. Hallo? Da geht es nicht. Hä? Ich verarschen. Hallo? Moment. Das setzen wir nochmal neu. So. Ist das so verpackt? was ist das so verpackt? Was ist da los? Hm. sehr komisch hier. Sehr komisch hier. Very, very komisch. Ah, jetzt so verpackt. Ah, jetzt so verpackt. Ah, jetzt so. Was ist das so verpackt. Was ist da los? Was ist denn da los? Wie ist das ein Bug oder? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Hm. Ich kann so ein bisschen höher sitzen, ne? Wieso geht das jetzt nicht mehr? Hä? Kann ich verarschen? Ich hab schon, ne? Können wir zumindest so vor. Sehr komisch. Dann können wir hier mal die anderen Sachen in den Werkbank tun oder so. Nehmen wir nur unnötig Platz weg. Gewicht. Okay, dann besorge ich erstmal nochmal Stein. Müssen wir mal gleich schauen. Vielleicht setzen wir erstmal die einen Seitenwände, ne? So. Dann gucken wir mal. So. Den Graben hier abbauen. Oh, gleich lebe ab. Yay. Ist komplett abgebaut? Jo. Sehr gut. So gefällt mir das. Kommen wir doch gleich mal schauen. Haben wir noch was in Solo? Glaub nicht, ne? Mehr geht nicht. Schade. Bei Bauen vielleicht? Höhe Geschmissgeschwindigkeit für Öfen. Ja, brauchen wir glaube ich erstmal nicht. Beleben. Nachteil von Überlastung. Traktisch Nahrung suchen. Hier die Grundausdauer. Knochen. Knochen. Traktisch Schlachtung. Ich glaube die Skinny Bench wäre mal ganz gut. Hören wir mal die Ausdauer. Okay. So. Jetzt brauchen wir nochmal zwei von denen. Und gucken wir mal, ob wir das hier hinbekommen. Geht, das geht schon mal, das ist gut. Nein, verkehrt rum. Mensch. Na? Abreißen. Danke. Oh oh. Okay, das braucht Stützen. Gut zu wissen. Na gut. Bauen wir mal ein paar. Na. Ist ja wieder ganz toll. Na. 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 Mach's. Na. 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 Warte. Klapp noch. Mehr Nägel bitte. das muss ich dann noch umsetzen fällt mir dazu auf so ein bisschen also großes gebäude braucht man schon mehr kram so ist die frage brauche ich hier oben auch noch stützen weiß ich halt nicht hatte ich noch genau die würde ich noch jetzt sieht stabil aus die frage ob das in der mittel dann stabil ist müssen wir mal gucken gleich noch noch ist stabil aber es bleibt doch so seit die frage kommen wir bauen noch ein paar stützen sicher ist sicher hier braucht man die musik hat mein u2 vorrat ist ja zu ende dann brauchen wir eine da brauchen wir eine bis seiten noch mal vier würde ich nämlich gerne hier noch welche immer bisschen mehr stabilität aber auch man ja in den schrägen welchen meines testen mal eben lohnt sich das gar nicht ja komisch aus ich lass mal weg guck mal ob das auch so geht mach das mal lieber so das reicht dann hoffentlich okay sehr schön gut machen wir wieder schluss zu heute ich setze da weil man die möbel um mir ein bisschen und dann kommen wir zur nächsten folge bis dahin danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal ab euch ihr 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 ihr